Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und wir befinden uns in einem weiteren Video aus der Themenreihe vegane Ernährung und Vitamin B12. Im heutigen Video gehen wir der Frage nach, welche Art von Vitamin B12 für den menschlichen Organismus die beste ist oder ob es vielleicht sowas wie die beste Form gar nicht gibt. Die unterschiedlichen Arten von Vitamin B12 nennen sich Methylcobalamin, Hydroxocobalamin, Adenosylcobalamin und Cyanokobalamin. Und wie wir anhand der Grafik sehen, ist das Zentralatom immer dasselbe. Es ist immer ein Kobaltatom. Die Unterschiede in den unterschiedlichen B12-Arten ergeben sich einzig und allein durch die unterschiedlichen Seitengruppen. Die Frage ist, machen diese Unterschiede so viel aus, dass B12 in unterschiedlichen Arten in unserem Organismus so unterschiedlich wirkt oder ist vielleicht das eine Kobalamin für die allermeisten Menschen auch durchaus ersetzbar durch ein anderes? Genau das sagen nämlich einige Untersuchungen, die sagen, man kann nicht anhand der aktuellen verfügbaren Datenlage sagen, dass eine Art von B12 den anderen bei Weitem überlegen wäre. Auf der anderen Seite gibt es auch hier keinen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens. Es gibt nämlich durchaus Veröffentlichungen, die beispielsweise sagen, dass Methylcobalamin als Koenzymform besser aufgenommen wird als beispielsweise das synthetische Cyanokobalamin. Wieder andere Untersuchungen raten nicht zur alleinigen Gabe von Methylcobalamin, sondern raten entweder zur Gabe von Hydroxocobalamin oder einer Kombination aus Methyl- und Adenosylcobalamin. Man sieht, es herrscht hier also keine Eindeutigkeit und auch unter den pflanzlichen Ernährungsmedizinern gibt es keine eindeutigen klaren Empfehlungen. Manche Veröffentlichungen raten explizit zur Verwendung von Cyanokobalamin mit der Begründung, dass es das am besten erforschteste und auch das stabilste B12 ist. Andere Veröffentlichungen wiederum raten zur Verwendung von Methylcobalamin und andere betonen, dass es keine eindeutigen Vorteile in Bezug auf die eine oder andere Form gibt. Um im Individualfall die beste Entscheidung für sich in Bezug auf B12 zu treffen, müssen wir natürlich etwas mehr über die einzelnen Arten von B12 wissen. Der sogenannte Cyanokobalamin ist eine synthetische Form von Vitamin B12, die so in der Natur nicht vorkommt. Allerdings ist es die am besten erforschteste und auch die stabilste Art von Vitamin B12 und wird auch deswegen in angeregerten Lebensmitteln oder auch in der B12-Zahnpasta verwendet, weil es Stabilität garantieren kann. Es ist zwar korrekt, dass Cyanokobalamin eine synthetische Art von B12 ist, das macht es aber nicht automatisch schlecht. Man weiß, dass die Stabilität von Cyanokobalamin unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass es weniger lichtempfindlich ist und von daher wird es in manchen Situationen anderen B12-Arten vorzuziehen sein. Was unser Körper allerdings machen muss, wenn wir ihm Cyanokobalamin zuführen, er muss es umwandeln in die zwei sogenannten Coenzymformen Methylcobalamin und Adenosylcobalamin, denn nur diese beiden auch natürlich vorkommenden Cobalamine sind für unseren Körper verfügbar. Die allermeisten Menschen können diese Umwandlung aber einwandfrei vollziehen. Einzig und allein Menschen mit Nierenfunktionsstörungen können ein Problem mit Cyanokobalamin haben, weil für sie selbst diese geringen Mengen Cyanid im Cyanokobalamin gesundheitlich abträglich wirken können. Außerdem raten manche Veröffentlichungen Rauchern dazu, Abstand von Cyanokobalamin zu nehmen, denn Raucher nehmen über den Zigarettenrauch ohnehin bereits zu hohe Mengen Cyanid auf und sie sollten eher zu Präparaten mit Hydroxocobalamin greifen, denn Hydroxocobalamin enthält nicht nur kein Cyanid, sondern kann sogar aktiv bei der Ausscheidung von dem Cyanid aus dem Zigarettenrauch helfen. Die beste Empfehlung wäre allerdings ohnehin, einfach mit dem Rauchen aufzuhören. Die anderen zwei Arten, die für uns bioverfügbar sind, sind die Coenzymformen Methyl- und Adenosylcobalamin. Beide kommen natürlich in Lebensmittel vor, wobei Adenosylcobalamin mengenmäßig nach Hydroxocobalamin sogar das häufigste Cobalamin in Nahrungsmitteln ist. Die Mengen von Methylcobalamin sind meistens mehr oder weniger gering. Da in Deutschland sehr oft sogenannte Single-Präparate verkauft werden, die also nur Methyl und nicht Methyl und Adenosylcobalamin enthalten, stellt sich natürlich die wichtige Frage, ob denn der Körper aus dem Methylcobalamin, aus dem Nahrungsergänzungsmittel auch die andere Form Adenosylcobalamin machen kann. Auch hier gibt es keinen hundertprozentigen wissenschaftlichen Konsens. Manche Veröffentlichungen zweifeln nämlich genau diesen Vorgang an, wobei wiederum andere sagen, dass genau dies auch machbar wäre. Die vierte Art von B12, über die wir schon kurz gesprochen haben, ist das sogenannte Hydroxocobalamin. Das ist das am häufigsten in Lebensmittel vorkommende B12. Auch die WHO nennt in ihrer Liste der unverzichtbaren Arzneimittel Hydroxocobalamin als die erste Wahl für B12. Und wie schon kurz angesprochen, Raucher und Raucherinnen sollten Hydroxocobalamin anstatt Cyanocobalamin nehmen, denn durch die Gabe von Hydroxocobalamin können jene Personengruppen mehr Cyanid über den Urin ausscheiden. Hydroxocobalamin muss zwar ebenso wie Cyanocobalamin erst in die zwei aktiven Coenzymformen Adenosyl und Methylcobalamin umgewandelt werden, aber Veröffentlichungen zeigen, dass genau dies möglich ist. Das führt uns jetzt zur eigentlichen Kernfrage, nämlich welche Art von B12 sollten wir empfehlen. Wie die Darstellung schon gezeigt hat, gibt es einen weitersgehenden Konsens, dass für die allermeisten Menschen jede Art von B12 funktioniert, solange die Dosis höhe und auch die Frequenz stimmt. Genauso wie es unterschiedliche Wege zu einer gesunden veganen Ernährung gibt, gibt es eben auch verschiedene Wege, die zu einer bedarfsgerechten B12-Versorgung führen können. Für die wenigen Individuen, die entweder aufgrund einer Nierenfunktionsstörung oder einer genetischen Disposition beispielsweise Cyanocobalamin meiden müssen oder bei denen nicht sicher ist, ob sie wirklich die eine Coenzymform auch in die andere umwandeln können, für diese Personengruppen empfehlen wir eine sogenannte MHA-Kombination. Präparate mit Methyl, Hydroxyl und Adenosylcobalamin, die dann in jedem Fall sicherstellen, dass auch diese Personengruppen optimal mit B12 versorgt werden können. Für alle anderen Menschen würden diese Präparate auch wirksam sein, aber natürlich auch andere würden das machen. Ich hoffe, dass die Erklärung dazu führen konnte, dass etwas mehr Klarheit in die Kontroverse rund um die unterschiedlichen Formen von B12 gebracht werden konnte. Wenn man mehr über B12 erfahren möchte, gibt es dazu 40 Seiten in meinem Buch Vegan Klischee ID, das insgesamt über 450 Seiten hat. Außerdem natürlich in meinen viertägigen Ernährungsseminaren Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung in Berlin. Und um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen, sehr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, um zukünftig kein neues Video mehr zu verpassen. Das war's zum Thema B12-Arten in der veganen Ernährung. Ich danke fürs zugucken und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.